Vielleicht einmal zunächst vorweg, ich glaube, unser Verhältnis, das war nie ein Problem. Also wir haben gemeinsam sehr viel auf den Weg gebracht. Das war die Einzelfälle vom Rattengedicht über antisemitische Sprach- und Wortwahl. Und für die bin ich auch sehr froh. Also ich würde mir wünschen, dass all das, was gut fürs Land ist, Antisemitismus, FPÖ und ÖVP, aber ohne unsere Bevölkerung und Rot-Grün-Pink geht. Die inhaltliche Zusammenarbeit, auf die bin ich irrsinnig stolz. Wir haben Familienkleinverdiener in die Arbeitslosigkeit gebracht. Die Wirtschaft hat mehr bekommen. Menschen haben gänzlich was anderes bekommen. Einfach grauslich. Das war aus meiner Sicht ausschließlich positiv. Wir haben es manchmal medial gemacht. Wir haben es oft unter vier Augen gemacht. Wir haben uns gut getan bis hin zum Höhepunkt. Aber es war einfach eng. Und was mein größtes Problem immer war, meiner ist massiv gesunken. Ich würde mir einfach wünschen, ein Schützen auch unserer ÖVP und von der Arbeitslosigkeit und die Nichtbereitschaft, eine transparente Aufklärung möglich zu machen. Vielen Dank. Danke.